Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobold, ich berichte hier aus dem viktorianischen Garten von David Austin, Roses in Albrighton in Mittelengland. Auch symmetrisch angelegt, wie der Renaissance-Garten, besteht eigentlich aus konzentrischen Kreisen, die durchbrochen sind, also man kann vom einen Kreis in den anderen gehen. Wären die Rosen noch etwas höher, wäre es fast schon ein Labyrinth und in der Mitte diese zentrale Figur, Mutter-Sohn, Mutter-Tochter von Pat Austin, der Frau von David Austin. Alle Beete wunderschön eingefasst vom Puchs und die Durchgänge teilweise geschmückt durch diese schönen Rosenbogen. Eine reife Pflanzung von englischen Rosen, wunderschön in diesem Ensemble im viktorianischen Garten.